und dreh und high pale und dankeschön hat mich vorhin schon einen Hubschrauber gekostet ich krieg langsam Kopfschmerzen echt jetzt liege ich da bewusstlos auf der Bühne weißt du peinlich die Keule ich denke mal wir lassen sie mal noch bis morgen stehen bis der MC wieder da ist dann sollen die entscheiden was wird aufgesammelt ja so würde ich das machen ich würde halt nur die externen Hütten auch hier in dem Fall nein aber stichthaft nein aber stichthaft was macht ihr eigentlich beruflich okay